Ja, du zählst einfach an. Halliholo und herzlich willkommen zurück zu Q-Bird. Wir steigen noch mal runter und versuchen es wieder. Ja, die machen dich kaputt, man. Ja, man. Die machen dich kaputt, man. Wer pullt? Rechts oder links, rechts oder links. Ich glaube, rechts waren wir vor, also links. Nein, ich kann nicht mehr... Also, lass mal die Fernkämpfer pullen, weil sonst wären sie wieder aggro. Kann, kann nicht. Hast du gut gemacht. Der eine ist auch schon gut. Es schießen aber drei auf uns oder so. Ja, richtig. Ah! Je nach der Uhr! Carsten, los! Carsten, los! Los, Carsten! Ich habe ihn, glaube ich, gestunnt, aber ich sterbe! Ah! Wieso? Ich habe einen Bein hinter mir. Ah! Ich habe mich getroffen. Oh, fuck. Wir müssen hier in den Durchgang, da treffen wir immer, wenn wir... In den Durchgang! Kein Wunder, wenn uns... Der Werwolf, der Werwolf, der Werwolf, der Werwolf, der Werwolf, der Werwolf, der Werwolf! Der Werwolf, der Werwolf! Oh, der Werwolf, der Werwolf! Oh, Quoten, wir erlebt noch! Oh, ja! Oh, der Werwolf, der Werwolf, der Werwolf! War wichtig, war wichtig! Und den Untoten dahinten. Ich hole ihn mir! Dann! Na? Kill! Ich einfach so... Oh, erstmal heilen, erstmal heilen. Erstmal Level aufsteigen, ich bin auch gestiegen. Hat noch irgendjemand heiltränke? Ja. Ich kann mal noch einen herstellen. Wuh! Ich kriege auch noch öffnen Heilen. Weil ich hab nämlich null Heiltränke. Da liegt irgendwas, ne? Oh, verdammt! Oh, verdammt! Äh, ich hab... Hä? Leute, ich hab meine zweite Fähigkeit gelernt. Also, wenn ihr mich kurz vorlaufen lasst, dann kann ich uns durch nicht reichen. Wenn ich kurz warte, dann heile ich euch erst. Äh, Warrior? Ja, was los? Du? Ich verliere was darauf wurde legt. Ach so. Klaue dann mal was gleiche. Soll ich guck mal, was hier noch so übrig ist an Leuten. Ah! 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 Es läuft nicht direkt! Bleib mal stehen! Stopp, stopp, stopp! Ich kann hier schleichen, ich bin unsichtbar. Ja, schleichen fick dich. Schleich dich. Also, hier sind noch zwei. Ich spring drauf, oder? Ja, ich spring auch drauf. Na gut. Dann hast du gerade aus meiner Range rausgehauen, aber passt. Ist okay. Ich geh mal den Magier hier. There is nothing special! Ihr müsst auch die Dinger immer untersuchen hier. Ja, hab ich schon. Wann war da nicht untersuchen über dich? There is nothing special. Okay, da gibt's nen Hocker. Dann lass uns den Ruder auf der Berg holen. Oh mein Gott. Soll ich wieder vorgehen? Kann man die Fackel nicht mitnehmen, doch, oder? Nee, klar. Also diesmal wieder mit ganz viel Gefühl. Soll ich wieder vorgehen? Ja, aber vorsichtig. Da ist niemand. Da ist niemand. Da sind wir. Zwei. Ich hör sie mir. Ich bin ganz viel dabei. Ich hab nämlich alles aufgehoben. Ja. Und ich soll dem Andi auch mal was lassen. Ja, ich geb dem Andi auch was. Wenn wir dann in der Stadt sind. Jetzt die Hohle holen bitte. Danke voll. Boom. Und es hat boom gemacht. Und kill. Und kill. Level up. Level up. Wo geht das? Wo geht das? Ich hab' auch mal eine zweite Fähigkeit gelevelt. Tobi, dir wär' wir auch kurz was tun. Kann das so? Ah, so gut. Da. Ich hab' auch was für'n Rook. Ich bin der Rogue. Nicht du. Du bist der Ranger. Oh. Ich bin der Ranger. Oh. Das macht nämlich voll damage. Hä? Habe ich eine andere Fähigkeit? Ich hätte noch so ein bisschen, so ein bisschen Pet Food. Wer hat denn noch kein Pet? Kann ich davon, kann ich davon zwei nehmen von den Keulen? Ja, später. Je nachdem, was du gespielt hast. Ich schleich schon mal vor. Ich schleich dich. Ja, ich will noch mal eine Keule haben. Zwei Keulen, voll geil. Ja, aber das ist keine Keule, oder? Zwei. Maze ist doch eine Keule, oder? Nein, das ist ein Streitkolben. Ein Streitkolben. Ein Streitkolben. Ja, ist doch ein Keul. Kann ich mal zeigen, was ein Keulben ist? Andi, pack deinen Keulben raus. Wo geht's lang, Leute? Wo geht's weiter? Wo geht's denn weiter, hier? Hier runter. Ich schleich hier grad runter. Hier ist eine ganze Gruppe. Nee, ist okay. Tschüss, 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 tschüss. Oh, schön. Wo sind noch welche? Ah, davon. Heulige Scheiße. Hab ich da ja nicht reingesprungen? Ach, da ist auch noch welche. Hä? Ich hab, ich hab nur einer. Da, schauen wir mal weiter. Boah! Mach mal ab! Ja, mein Ding, Tobi ist tot. Hey, wieso? Wieso bist du tot, Tobi? Ich hab irgendwie so eine Special Attack gemacht und weiß nicht so was von tot. Okay, dann schau ich noch mal was, was ich noch hab. Ja, was hab ich denn? Ich hab hier noch was für den Mage. Ich hab hier noch Pet Food Croissant, Pet Food Chocolate Donut, Pet Food Popcorn, Pet Food Green Jelly und Pet Food Cotton Candy. Da hattest auch noch an die, ja. Genau. Ich bin gleich wieder tot. Äh, gib da mal ein bisschen Pet Food her noch. Ja, aber der Andi ist doch der Einzige, der noch ein Pet Food hat. Ach so. Der Andi will ja krank. Ich kann ja auch so mit dem Wille, das da vor mir rumstrampt sind. Da kann man voll cool... Das ist voll der gute Schild, ey. Das ist ein Fleischschild. Guck mal, was ich zu deinem Schild sag. Ja eben, hallo. Ich mach meinen eigenen an. Ach halt's Maul. Hm. Das ist ein Battle-Test. Falsch. Wollt ihr kurz innehalten und warten, bis Papa da ist? Ja, tun wir. Ich schleiche nur schon mal vor, um zu gucken, was da so kommt. Bring nichts, ich höf's eh gleich wieder rein. Ja, aber ich seh's da. Also rechts direkt dann um die Ecke kommt, äh, ne Gruppe. Und direkt vor mir ist grad ein Wehrwolf gelaufen. GG, hätten wir nicht gesehen. Okay, äh, äh, ja. Wo? Ne. Rechts ums Eck steht ein Wehrwolf und ne Gruppe von drei Leuten. Kann ich kurz vor? Äh. Ich hab dich angeholt. Gute Arbeit, ja. Gute Arbeit. Mein Leben! Ohohoho. Für mein Leben auch. Vor allem die sind alle ziemlich tot. Jetzt geben wir keine XP und die anderen sahen sieben XP einfach ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab reingesprungen und hab's dir erledigt. Das war alles. Ich hab ja keinen Schaden. Mann, du mach'n nicht so, du carryst jetzt nicht so viel Schaden, ne? Ich mach auch keinen Schaden. Ah, okay. Willst du gegen der Lehrwolf nicht? Dafür heil' ich euch schon ein bisschen. Ich bin immer am erstes Totes verholt. Ja, weil du sie vielleicht als erstes angreifst. Tobias, du hast doch ein schlechtes Positioning. Ja, dein Positioning ist einfach bad. Nun ja, das muss ich echt noch ein bisschen verbessern. Dieses Matchmaking- Äh, hier ist hier runter. Geht's gar nicht, Matchmaking. Versteh dich. Wo geht's mir rein? Da, Matchmaking. Ich hab was für nen Rogue! Oh, schmeiß hin, Kollege! Habe ich... Scheiße, 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 scheiße! Toll, komm, mach' ein Pass hier! Das hab ich zwei geile Iron Dagger. Da, du gehst den Weg schon! Hahahaha, der kennt sich aus der Bursche. Hahahaha. Hey Tobi, ja übrigens an deinem Bogen hängen noch Blätter dran ne? Ich weiß, das ist so gut. Ja ich kämpf mal wieder mit zwei ähm... Ist hier echt nicht schlecht das? Zwei äh Dolchen. Oh, da hängen Ketten an der Wand. 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 Hier ist ein Leichel. Ah! Das war nicht wegen dem Thema. Das ist ein Smotzer. Soll ich eigentlich den Werber für alleine was machen? Jawoll. Also ich tag grad den Magier-Beg. Ja, ich komm tot. Ich auch fast. Äh, als mich tot. Es macht nämlich mehr Sinn, erst die Magier zu killen und dann... Boah, ich bin auch tot. Seid ihr auch alle tot? Ja. Da wo Carsten her kommen müssen wir hin. Ja, okay. Wo, wo kommt Carsten her? Da wo ich hinflieg. Kann ich fliegen oder was? Carsten, nein. Weiß ich nicht. Karsten? Nein. Hätten nur sinnvolle Sachen geskillt. Tobi, du musst immer rechtzeitig bevor du deine Stamina kaputt gehst, musst du wieder G drücken. Weißt du was? Sonst trudelst du so runter. Weil du eben keine Kraft mehr hast. Ja. Keine Ausdauer. Also, Werog macht echt gut Auer. Ja. Zwei Magier auch. Die anderen aber auch, finde ich. Bin gegen die Kante da gesprungen, war nicht so schlau. Oh, ich bin hier oben. Ich bin ein bisschen gefühlvoller pushen. Pullen. Irgendmal kurz slowen. Irgendmal. Ja. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen, oder? Nein. Ich bin halt noch recht. Ich bin halt noch recht. Der liegt zum vierten Mal jetzt, also ich kenn mich aus. Haha. Ich merk schon, der Tobi ist da. Der ist da. Der ist da. Auf der Höhe. Ja. Gut, dann. Go, go, go. Vamonos. Ja. Jakob, pull mal. Ja. Hab du jetzt die Werbefahrt uns auf der Rutsch gesprungen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich schalte, ich tank. Ich tank. Ich tank. Er tut mir doch nicht. Ja, er ist ja gesandt. Noch mal gesandt. Nein, nicht. Okay. Oh, er trinkt was. Er trinkt was, du, ein Böger, ich. Ja, aber er ist vergiftet. Von dem bei der Fädenkurt's muss das hier. Was, der reich? Der reich? Der reich? Der reich? Der reich? Da hau ich doch mal auf ihn drauf. Is ja unterschiedlich. Ich meinte auf die einzelnen Pixel, da rechts im Egg waren auch noch nicht Ich hab direkt den Magier gestankt Den Magier nehme ich raus, krass Ich arbeite Wo, da liegt noch was? Irgendwo? Nur so im Rogue Jakob? Boah, Jakob ist mir dieses Iron Sword geben, da werde ich dir zu Höchstchen danken Ja, ihr müsst immer lesen, was wir da aufsammeln bitte Ich komm da nicht mehr mit, was ich alles aufsammel Entschuldigung, ich Pepschen, ich Pepschen Ja, wo bist du? Zwerg, wo bist du? Zwerg Da unten ist der Endbus Zwerg, hier heil mich! Zwerg, heil mich doch! Ich hab dich schon geheilt Ja, bleibt halt mal irgendwie Boah, hier steht immer so auf dem Haufen Ich glaub auch immer noch extra in den Haufen rein Wo ist der Endbus? Da unten siehst du? Also erstmal alle Viecher außen rum kaputt machen Ne, doch nicht, ja Ich bin da linken, ja? Okay Dann Oh, das sind ein paar mehr Oh, ja Ja, ich bin tot Ich auch Ja, du auch Wow, fuck Warten wir ja frisch auf alle? Ja, sind alle da Ne, noch nicht Ne, dann geh, lebst noch Lebe Was, nein? Ihr wartet jetzt Ich geh jetzt Ich hab keinen Bock auf dich Geh auch nicht Ich steh das nicht rein Carsten? Ich Wir gehen Carsten ist tot Carsten, komm, wir gehen Auf welcher Level ist dein Carsten eigentlich? Der Carsten? Was ich denn das? Äh, unter deinem Namen ist doch das Tierchen Und da steht auch das Levelchen Oh mein, ne? Ja, ich bin bis dahin geflogen Ohne einer Brick Da honn mir na bim dann rollen Also ich warte mal in der Höhle Sehr schön, Jakob, wie synchron So, die Lampe sich anmachen Du wirst, was du siehst Hui, hui Ah, nee, so, ich bin er jetzt nicht Hui Dankeschön Oh Und nochmal synchron Hui Oh, das war nicht gut Wäre aber nicht gut Oh, nicht, war zu viel Ja, ich bekomme es immer zu früh Schau unbedingt ein anderes Tier Leute, in der nächsten Pause müssen wir mal schauen Was dein ganzes, äh Futter so hergibt Also ne Hornisse geht zum Beispiel Ne Hornisse macht ziemlich viel Aua Aaaaah, durch, probiert, zurück So, ich hab ein bisschen Schaden gemacht Wissen seid ihr? Bisschen Schaden? Nein, aber so gut wie Bei mir ist es halt unglaublich Oh, ich muss erst mal 1, 2 Drenge nehmen Und wen hab ich gerade gehalten? Keine Ahnung, wie ich erwischt Ach, Carsten hab ich erwischt Hör mal mit über mich Wollen wir, wollen wir alle hier hochgehen? Aaaaah, Hilfe! 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 Ulge ist gestorben, Julio Ne, das war nur ein Tier, ok? Ne, das war nur ein Tier War nur ein Tier War nur ein Tier Ja, mein Ah Das ist der Oberböse, ne, das ist der Werwolf Das ist der Werwolf Und Ulge ist gestorben Und Ulge ist gestorben Ich bin auch gleich tot Andy, no Was bin ich denn gestorben? Oh je Oh je Ich steb auf Oh je Papa, kurz Oh, 6 Drenge verbraten Für nix Ja, gibt doch Hier war ziemlich viel verbraten Komm jetzt, Leute Den müssen wir jetzt auch kriegen hier Wollen die zu schwer sein Ich hab mehr Waffe im Arsch Dann renn Ja, dann lauf uns entgegen Lauf uns raus Kill den Ok, dann kill den Ich kill den Genau Mach ihm 4 Schaden pro Hit 4 Jetzt hat er mich getötet Nein, ich noch nie Hey, du lebst doch noch Schem, du lebst doch noch Du gehst hier raus Also ich hab auch irgendwie das Gefühl Unser, unser schwuler Zwerg Halt uns Hinter euch, hinter euch Ich komm von hinten Wieso denn von hinten? Er kommt von hinten, Leute Ich kill den doofen Bogenschützen Einer der Bogenschützen ist tot Ja, ey, Leute Tobi, drehe mich um UTR wieder Eingang Da hinten sind die Gegner Ah, hinten Ah, hinten Ich bin die falsche Richtung Ich hab keine Haltregie mehr Falsche ist nicht Die Blut ist weg Also der Werwolf ist tot Ich lebe der Werwolf Ich bin auch recht tot Ich hab auch gleich Ich hab keinen Eindruck mehr Wo seid'n ihr? Direkt hinter den Katakomben Ja, das ist ein Vorkabenebungszeit Wo seid'n ihr? Da kommt natürlich nicht raus Oh Gott Hä, wo seid ihr? Hinten Du weißt, wo sind die? Die sind tot Hä, alle jetzt, oder was? Ja Voll und übel, ja Habt ihr mir noch was übrig gelassen? Jaja Ah, den hab' ich grad getötet Einen zumindest Aber ich dachte, da wär' noch ein zweiter Wo ist'n der Bogenschütze? Da war doch nur ein Bogenschütze Irgendjemand läuft da grad im Fall Andy, ihr seid unten drin, bist du wieder Ich bin nie gestorben Hä? Ja, Andy für dich Ja, für mich Soll ich, Andy pullt dir die Scheiß irgendwo her Und dann, äh, dann wieder Moment, ihr habt den vorhin gepullt Ich bin noch vorhin weggerannt Und das ist in der Sackgasse Erfolgreich Gute Arbeit, das war Ähm Na wend Guten Abend Guten Abend Carsten Halt, der Jakob fehlt noch Na und? Ist mir egal Nein, der tankt den ganzen Schaden weg Den ganzen Scheiß Also laut Anweisung Sollen wir hier nochmal einen Cut machen, bevor wir den letzten Run machen, oder? Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, guckt eigentlich jemand auf die Uhr noch ein bisschen Better Run Ja, wir haben schon wieder eine Füllstimme hinter uns Dann, äh, seht ihr den letzten Lauf, äh, in der nächsten Folge Bis gleich